Kann ich das nochmal sehen? Ich will dann nochmal ein ganz ganz herzliches Dank an alle, die ja so fleißig meinen Channel abonniert haben und auch an alle, die vielleicht noch dazukommen werden. Vielen, vielen Dank, ihr seid wirklich Weltklasse. Doch jetzt habe ich in den Kommentaren und auch in den Nachrichten, die mir so über die Tage geschrieben worden sind, hin und wieder festgestellt, dass die Übersicht vielleicht nicht ganz passend ist oder auch vielleicht das ganze Format noch nicht so zu 100% verstanden worden ist. Ich wurde häufiger mal gefragt, kannst du nicht zu dem einen oder anderen Panzer mal eine einzelne Reihe machen, was ich zum Teil schon längst gemacht habe und genau deswegen will ich euch jetzt hier in diesem Video mal ganz kurz vorstellen, wie ihr bestimmte Sachen findet. Wenn ihr hier auf der ersten Übersichtsseite ankommt, dann werden natürlich immer so die neuesten vier Videos hier angezeigt. Hier unten werden die Videos angezeigt, die quasi am beliebtesten sind bzw. am häufigsten geguckt worden sind. Das ist ganz klar, hier extreme Positionen und Anfahrtswege, ihr seht es schon mit 33.000 Aufrufen. Also hier unten seht ihr die beliebten Videos und hier die neuesten Videos. Wenn ihr jetzt die Videos sehen wollt, die vielleicht nicht so häufig angeklickt worden sind oder alles, was ich so im Repertoire habe, dann müsst ihr hier auf Videos klicken und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ja und ihr seht dann hier quasi alle Videos, die ich jemals veröffentlicht habe und wenn ihr hier unten auf weitere ladet, dann kommt ihr immer weiter runter, immer weiter runter, bis ihr dann irgendwann so bei dem ersten Video angekommen seid, was ich hier hochgestellt habe. Und wenn ihr mal ganz kurz schaut, das war das Einführungsvideo zu Advanced Gameplay Badchat. Das ist noch nicht mal vier Monate alt und hat keine tausend Aufrufe und hierzwischen sind halt auch ganz, ganz viele Videos. Hier Badchat mit 407, 619, also viele Sachen oder auch hier ein Teil 1 auf Cliff. Viele Sachen, die noch keiner von euch gefunden hat und vielleicht will ich mal ganz kurz dazu euch die Formate erklären. Also ich habe zum einen das Advanced Gameplay Format und da geht es immer um einen ganz, ganz speziellen Panzer. In dem Fall mit dem ersten Panzer, mit dem ich angefangen habe, das war die Badchat 25 Tonnen. Da gibt es dann immer zu jedem Panzer eine Einführungsfolge. In dieser Einführungsfolge erkläre ich ganz genau, was so das Fahrzeug für Charakteristika hat, wie ich es ausgerüstet habe, was ich für Crew Skills verwende, was ich für eine Munitionsverteilung habe, was das Fahrzeug an sich kann, was vielleicht so die Schwächen sind, wie man es am besten einsetzen sollte. Das kommt alles immer in den Einführungsfolgen und anschließend, die nächsten Folgen sind dann immer Gameplay auf verschiedenen Maps. Meistens immer verschiedene Maps, also ihr habt dann hier zum Beispiel in Folge 2 Erlenberg Assault, in der dritten Folge Malinovka, in der vierten Folge Overlord, Windstorm, Lakeville und so weiter. Und das mache ich mit allen Panzern, die ich mit Advanced Gameplay anfange, genauso. Beim E-50M zum Beispiel gab es auch eine Einführungsfolge, danach gab es dann E-50M auf Kloster, E-50M auf Sand River, E-50M auf Ruinberg. Krom will das gleiche. Also ich habe sehr, sehr viele Panzer mittlerweile schon angefangen und die Reihen werden natürlich auch immer fortgesetzt. Wenn ihr jetzt aber das Problem habt, dass euch nur ein spezieller Panzer interessiert, dann könnt ihr, wenn ihr meine Formate mal euch anschauen wollt, hier oben auf Playlists drücken und da findet ihr dann im Prinzip die jeweiligen Playlists, zum Beispiel hier die Batchett, die ich eben angesprochen hatte, da gibt es mittlerweile schon 15 Videos zu. Das gleiche für den T-54Mod 1, da gibt es zwar nur 7 Videos zu. Dann das Format Euer Replay, meine Analyse, was ja vielen von euch schon bekannt ist, da gibt es insgesamt 21 Videos zu und auch da, die ersten Videos kommen nicht mal an die 1000 Views. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es vielleicht keinen interessiert, ob ihr das schon für veraltet haltet oder ob es bis jetzt keiner gefunden hat. Ich will euch zumindest die Möglichkeit geben, euch mal genau dezidiert zu zeigen, wo ihr das finden könnt. Dann habt ihr eine ganze Reihe an Panzern, das sind alles Advanced Gameplay-Folgen und ich habe, wie gesagt, für jeden Panzer so eine eigene Playlist aufgemacht. Und dann die neuesten Videos, die sollten euch bekannt sein. Da habe ich dann zum Beispiel Gefechtsausbildung für leichte Panzer hat eine eigene Playlist, Gefechtsausbildung für schwere Panzer hat auch eine eigene Playlist und auch die Gefechtsausbildung für mittlere Panzer auch eine eigene Playlist. Wenn euch also nur bestimmte Sachen oder ein bestimmter Panzer interessieren, dann könnt ihr hier einfach draufdrücken und dann wird im Prinzip euch die gesamte Playlist angezeigt und die könnt ihr dann, wenn ihr hier draufdrückt, alle ansehen, nacheinander anschauen oder ihr könnt euch auch ganz bestimmte Panzer anschauen. Das bleibt euch völlig überlassen. Ich möchte an dieser Stelle nur nochmal sagen, keines der Videos ist tatsächlich älter als vier Monate. Also alle sind noch brandaktuell, alle sind noch genau mit dem gleichen Gameplay, wie ihr es jetzt in 9.15 vorfindet. Von daher tut euch selber den Gefallen, wenn es euch interessiert, gerade die spezifischen Panzer, dann schaut es euch an. Eine Sache möchte ich noch loswerden und zwar zum Beispiel jetzt bei dem Advanced Gameplay Centurion Action 10. Da gibt es nur drei Videos, einmal das Einführungsvideo, dann Serene Coast, also Küste und Himmelsdorf. Nur jetzt sagen viele von euch, okay, Centurion Action 10, das ist ein Panzer, den ich nicht habe, das ist ein Panzer, der mich nicht interessiert. Ich kann euch trotzdem nur ans Herz legen, schaut euch, wenn ihr besser werden wollt, auch diese Videos an. Nicht, weil ich unbedingt mehr Klicks haben will, sondern weil der Content einfach schon da ist. Und gerade wenn ihr auf Serene Coast oder Himmelsdorf häufig genug nicht wisst, was ihr als Medium machen könnt, dann bieten euch diese Videos guten Anhalt, wie ich meine Mediums auf Himmelsdorf spiele und viele Dinge, die ich in den Videos anspreche, die sind ganz allgemein gehalten. Da geht es dann im Prinzip um die Meter der Map, wo trifft man häufig die Heavies an, wo macht es Sinn als Medium, wo gibt es gute Flankiermöglichkeiten. Auch hier auf Serene Coast spiele ich eine Position an, die ich mit jedem anderen Medium, wenn das Setup so aussieht, wie es in dem Match aussieht, anfahren würde. Also tut euch selber den Gefallen, nutzt die Videos, die vorhanden sind, schaut euch gerade auch die Älteren mal an, da wird viel über Maps gesprochen, weil ich habe auch von vielen gehört, bitte macht doch mal ein reines Format nur über Map-Tactics. Ich versuche das ehrlich gesagt in diesen Advanced Gameplay-Folgen mit aufzunehmen, wo ich euch dann quasi, jetzt hier ein gutes Beispiel, Advanced Leopard 1 Westfield. Da spreche ich am Anfang, bevor dann dieses Gameplay, das Replay, was ich kommentiere von mir selber, bevor das losgeht, fliege ich durch die Map, spreche mit euch verschiedene Positionen an, spreche mit euch an, was macht Sinn, was macht vielleicht keinen Sinn, wo kann man gut in Deckung gehen, wo hat man gute Flankiermöglichkeiten. Und das nicht nur wirklich auf den Leopard bezogen, sondern mit dem Cromwell könnt ihr das ganz genauso spielen. Und diejenigen von euch, die vielleicht hin und wieder meinen Livestream auch sehen, die haben mittlerweile mitgekriegt, dass ich viele, viele Sachen genauso spiele, ob nun im Tier 6-Bereich oder im Tier 10-Bereich. Bei den Advanced Gameplay-Spähpanzer-Folgen ist es zum Beispiel genau das Gleiche. Ich spiele meinen RU von der Positionswahl her häufig genauso, wie ich meine Bundesdorges spiele, wie ich den M41 Walker Bulldog spiele, wie ich auch den T37 auf Tier 6 spiele. Also auch hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich noch weiterzubilden, wenn es darum geht, wie spiele ich auf verschiedenen Maps, was kann ich machen. Dann habe ich eigentlich in jedem dieser Videos viele, viele Punkte ganz zum Anfang, bevor das Spiel losgeht, wo ich euch versuche, die Maps näher zu bringen und die ganze Meta auf der jeweiligen Map zu erklären. Zwischendurch haben wir dann noch so Formate wie epische Momente. Da geht es dann einfach nur um bestimmte Spielszenen, die ich für nennenswert oder zeigungswert hielt, wie zum Beispiel hier mit dem Skoda T50, wo ich dann mal so einen Jagdtiger umgeschmissen habe. Also schaut euch da auch das gerne an. Dann habe ich noch ein weiteres Format und das nennt sich Panzerass. Da möchte ich euch einfach nur so die Panzerasse vorstellen, die ich auf Panzern mache, von denen ich jetzt kein Advanced Gameplay-Format angefangen habe. Also wie gesagt, ich hoffe, dass euch dieses Video ein bisschen weitergeholfen hat, was so die Übersicht und das Zurechtfinden angeht. Und auf meinem Kanal, wenn ich jetzt hier nochmal ganz kurz auf Playlist gehe, dann findet ihr hier auch eine Playlist mit Guides. Da findet ihr alles das, was jetzt nicht zu dem Advanced Gameplay gehört. Da habe ich zum Beispiel reingepackt den kleinen Aiming Guide, den ich für euch mal vorbereitet habe. Da habe ich so das Geheimnis von XVM. Also alles Mögliche, was ich so an Erklär-Tutorials bringe, findet ihr in der Playlist Guides. Und ich hoffe, damit mit diesem Video einigen von euch ja die Möglichkeit zu geben, euch ein bisschen besser bei mir zurechtzufinden. Kleine Anmerkung noch, wenn ich einen Panzer noch nicht angefangen haben sollte mit Advanced Gameplay, schreibt einfach unter dieses Video in die Kommentare, welchen Panzer ihr gerne sehen wollen würdet. Und die Panzer, die hier am häufigsten genannt werden, die fange ich dann natürlich auch als erstes an. Und auch alle anderen. Also ich habe wirklich den Anspruch, dass ich irgendwann mal fast jeden Panzer, der irgendwo nennenswert ist oder zumindest ein Keeper, also das heißt ein Panzer, den man sich in die Garage stellen sollte, dass ich zumindest von diesen Panzern irgendwann die Advanced Gameplay-Reihen voll habe. Ich werde jetzt auf jeden Fall demnächst noch anfangen mit dem CDC, mit dem Korea-Petten, also gerade bei den Premiums, die mir jetzt in den letzten Tagen geschenkt worden sind. Und ansonsten gibt es da gar keine Begrenzung. Sagt mir einfach, welche Panzer ihr im Advanced Gameplay sehen wollen würdet und die, die den größten Zuspruch finden, mit denen fangen wir an. Und wie gesagt, ich versuche das dann auch nach und nach abzuarbeiten. Da könnt ihr mir glauben und ich denke, wenn ihr mal anguckt, wie viele Videos ich jetzt so in den letzten vier Monaten gemacht habe, über 160, dann könnt ihr mir schon glauben, dass ich da einiges an Arbeit rein investiere, um euch das näher zu bringen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, lasst mir auch gerne in den Kommentaren einen Kommentar dazu da, was ihr findet, was man noch besser machen könnte, wie das Ganze noch übersichtlicher stattfinden kann. Und dann würde ich mich freuen, wenn auch die Videos, die schon ein bisschen älter sind, aber noch keine vier Monate alt, auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen von euch. Und ich denke einfach, dass da viele, viele Videos dabei sind, die euch noch ein bisschen mehr Input zu den bestimmten Maps geben. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank an die mittlerweile 4000 Abonnenten. Ihr seid Weltklasse. Für euch mache ich das gerne. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein!